Leute, bevor diese Aufnahme startet, wollte ich euch nur sagen, das ist meine Liste der drei größten, also drei kleinsten Anime-Kanälen in Deutsch. Ähm, es gibt natürlich noch andere, aber ich hab jetzt mal ein paar Bekannte gemacht. Wenn ihr könnt mir eine Idee in den Kommentaren schauen, dann fangen wir auch mal an mit unseren Platz 3. Okay, dann gehen wir mal schön hier auf den Link. Ähm, Platz 3 ist Kono, warum er nur Platz 3 ist, ist ja, man könnte sagen, in Begriff von Anime in Deutschland, ist auch der größte Kanal in dieser Liste. Aber, ich muss sagen, es gibt ja auch noch andere Kanäle, wie zum Beispiel, ja, andere Kanäle, äh, Kono. Also, ich fand den Content einfach früher viel besser, der hatte, ich fand's halt besser, was er früher gemacht hat, sagen wir's mal so an Anime-Kram. Mein eigener Anime kommt, äh, Cosplay-Brand, was auch immer. Aber, das gefällt mir nicht mehr so wie früher. Ähm, hier beliebte Videos, kranker Shit, Finger weg von Euphoria, das hier, das waren halt der Kokonopi-Correction meines Vaters, das waren noch geile Sachen. Aber jetzt, ja, ist das nicht mehr so geil. Ähm, dann kommen wir mal zu, Platz 2, das ist der Serien-Rollführer, er ist auch ein geiler Anime-Kanal, ähm, er macht auch hier Videos wie, äh, Items Plan erklärt, äh, One Piece Videos, Naruto, Frank Ball, was sein Herz begehrt, er wird es irgendwann mal gemacht haben. Ähm, wir gucken noch mal auf seine Videos, damit ihr auf ist, was er so macht, weil ihr habt halt nur die langweiligen Erstklassiker gehabt. Top-Listen, ähm, macht er, er macht halt Anime-Kram. Top 5 stärkste Pokémon, so ein Kram halt, ähm, ganz interessant. Platz 1 für heute. Ist, der Typ, den Namen ich nie aussprechen kann. Dion, Niguen. Okay, das ist ein geiler Kanal. Er macht auch, die Richtung geht, auch so in der Richtung Kono und so. Auf jeden Fall ein geiler Kanal, Leute. Leute, es ist ein vierter Platz auch, den könnte ich euch sagen, wer der vierte Platz gewesen wäre. Nämlich, Nino Tarku TV. Habe ich das richtig ausgesprochen? Er macht auch, geil, Anime-Shit, den ich auch gerne gucke. Ähm, auf jeden Fall, er ist auch unten verlinkt, Leute. Okay, ganz schön. Leute.